Ho Ho Ho! Hallihallo zum zwanzigsten Türchen des Xmas Gang Adventskalenders! Ich und 23 andere... Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. 23 andere YouTuber und ich geben euch die Möglichkeit, ein iPhone 6, ein iPad oder einen 100 Euro Gutschein zu gewinnen von Play Store, soll ich noch dazu sagen? Man, immer so Sachen, die ich auch haben will! Was ihr dafür tun müsst, steht alles in der Infobox. Ihr müsst natürlich alle 23 anderen Kanäle abonnieren und gucken. Hier steht alles in der Infobox, was ihr dafür tun müsst. Und wir fangen direkt mal an. Wieder mal eine Challenge, eine Rudel Challenge! Und wir haben hier eine mega lange Rudelpiste vor uns. Mega lang! So zwei Kilometer! Das haben wir nicht gewusst, aber scheißegal, es wird lustig. Das heißt, wir treten dreimal gegeneinander an. Es ist schon Challenge genug für den Südostasiaten Frostbeulen, ködelwarmen Duscherspasti, hier zu stehen und einfach nichts zu tun. Ich rrrr! Es ist voll schön! Endlich schnell! So kalt! So kalt! Jeder von uns bekommt eine GoPro, damit ihr auch auf der ewig langen Fahrt bis zum Ziel alles mitbekommt. Unsere Perspektive. Wir fahren mit... High-Quality Plastik made in China Schlitten in Rot-Blau! Aber auch in Schwarz! Wieso habe ich eigentlich so eine dünne Vorherbst-Eingewöhnungs- bisschen minimalistisch-Windjacke? Weiter! Jetzt geht es erst mal fünf Kilometer in die Tiefe! Es filmt sie sonst wohin immer die ganze Zeit in den Schnee! So, als sie dir das nicht interessiert, guck mal da oben! Oh! Oh, das tut weh! Alter, wir haben doch nicht mal angefangen! Oh mein, die Kamera! Jo, was ist mit mir? Ich sterbe hier gleich! Hallo! 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 Ja! Wir switchen jetzt um auf die GoPros und dann, äh... Drei Versuche und mal gucken, wer stärker ist sowieso, ich! Drei! 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 Das war nur für die weiblichen Fahrer, oder? Die Idee, die ich gerade hatte mit dem Anlaufen, hat nicht so gut funktioniert, deswegen werde ich jetzt mal den kontinuierlich Fußgrab- bzw. Randziehstil nutzen. Fertig, los! Scheiße! Zack! Ich hasse Kälte! So bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, bin ausgestrahlt und fröhlich, so fröhlich war ich nie! Basti! Und wir starten zur dritten Runde! Wir haben jetzt gerade eine richtig interessante Challenge, und zwar haben wir beide Schlitten einmal da und da positioniert und werden nun von hier an laufen. Hallo, hallo! Frauen immer schummeln! Drei, zwei, eins und los! Ich habe die erste Challenge für mich entschieden. Ich gebe mich jetzt weggeschlagen, nein, wir haben jetzt einmal die Piste gewechselt, und wir werden jetzt hier eine Challenge mit Reifen machen. Okay, auf geht's! Wuhuuu! Wuhuuu! Das ist unser neues Gefähr! Ich weiß, die halbe Bude hier! Ich werde mich da gleich komplett reinpflanzen, dass ich auch kein Mikromü an Schnee mehr abbekomme. Das ist so kalt hier! Okay, jeder weiß, wie kalt Schnee ist. Boah, ich glaube, ich habe jetzt schon das Schnupfen. Halt's auf, ne! Feuchtgrüne Rotzglocke in Schnee setzen! Leute, hier haben wir eine Schneedüse! So funktioniert das hier! Guck mal! Was hier hier ist, was die Frau... Ah! Mann! Ja, den musst du jetzt holen! Was die Frau hier schon wieder für eine abenteuerliche Konstruktion angefertigt hat. Das kann ja nur brechen! Merkt euch meine Worte, wenn das gleich kaputt geht. Bevor wir starten, noch mal einen ganz kurzen Gruß an unsere... X-Mas-Gang! ...von unserem Netzwerk... Q... To one natürlich! To one natürlich! Lieben Anlauf! So, ja, warte! Drei! Und los! J-Mas-Gang! Du butlest! Ah, waaaaah! Scheiße! Der Ring und meine Jacke haben eins, seien dieselbe Farbe. Cool! So, jetzt gebe ich mir mal ein bisschen Mühe. Kopiere ich mal kurz die Angehensweise hier. Auf die Plätze! Plätze! Ich bin rückwärts! Ich bin rückwärts! Geil! Geil! Leute, ja, ja! Ich darf mein minimal höheres Körpergewicht ein bisschen ausrollen. Runde 3, würde ich sagen. Und die entscheide ich für mich. Für mich. Jetzt geht's rein. Mal gucken, wenn ich gewonnen kann. Wenn ich gewinnen, hab ich gewonnen. Wenn du gewinnst, geht's in eine Runde. Oh, okay. Eins, eins. Eins, eins, eins. Ja, 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 ja! Das war ziemlich knapp, deswegen machen wir noch eine vierte entscheidende Runde. Oh, ist knapp! Ist knapp! Ist knapp! Wie ist das kalt! Okay, war das noch mal unentschieden oder was? Nee, ich hab los gewonnen. Es ist ja bis jetzt unentschieden, deswegen machen wir jetzt mal eine Dödel-Challenge. Die von dir hier so ansprechen. Also die Dödel-Challenge entscheidet! Die alles entscheidende Runde und ich lasse dich flach machen! Für diesen kleinen Penisschlitten werde ich die Frau jetzt abziehen, weil ich bin's gewonnen, so einen Dödel-Challenge zu haben. Ja! Fuck! Das ist ein bisschen Türchen. Da wird's der I Love Cookies sein. Der macht vorwiegend Let's Plays, aber auch anderweitige Entertainment-Videos. Schaut doch mal vorbei! Viel Spaß beim Rätseln und Gewinnen! Und eine schöne Vorweihnachtszeit! Viel Glück euch! Nee, Weihnachten kommen die auch noch! Viel Glück! Viel Glück! Viel Glück! Viel Glück!